Jo, es geht ab Leute, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute mal wieder eine neue Fußball-Challenge mit... ...Tschweil... ...Nils... ...und mit Sandro auch noch am Start. Heute bin ich mal bei ihm, nicht bei mir. Heute machen wir eine 2 gegen 2 Challenge. Wir beide... ...2... ...Hahaha, alles klar, Digga! Auf jeden Fall, spielen wir beide jetzt mal nicht gegeneinander, sondern miteinander. Er will ja auch mal gewinnen, ne? Also... Ja, das wäre... Ja, Digga! Auf jeden Fall haben wir auch noch einen bei ihm gedreht. Checkt ihr auf jeden Fall ab, ist auch richtig nice gewonnen. Und ich würde sagen, wenn ihr davon mehr haben wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wieviel Likes, Jungs? 5.000. Sehr schlecht. Das wäre so krank. Und darf ich sagen, let's go! Wir spielen, dass 5 Leute verliehen. Ja! Ja! Digga! Nein! Schief! Ja! Au! Wer war das alles wohl gewesen? Es geht darum, Hundefutter zu fressen, Digga. Ich schmeck nicht so tot, Digga. Weg an, das ist los! Weg an, das ist nicht los! Weg an, das nicht los! Ow, 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 ow! Wiss das zu messen! Nein, schau ich auf, Du! Komm Sammo, Digga! Ja, Digga! Ja, Digga! Wu! 1-0 ist der schon, ne? Wann kommt die Regeln? Uff! Noch, noch, noch! Das ist einzig! Oh, oh, man! Wow, dein Ding! Da kommen wir! No! Yes! Soi, soi, das ist der Ausgleich, Junge. Schnau. NICE! Wow! Was? Ja, wir sind so schnell. Oh, mein Gott. Kannst du noch einen Meta-Bank machen? Ja! Nein! Guck guck guck. Guck 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 guck. Boah. Shit! Zadro-Junge! Einfach so heftiger Pass. Wacht, hier,Digger! Oh shit! Zadro-Junge! H programming to be하 Est았습니다. Oh! Ja, war der Inso angeht, der Schöpfer ist. Oh, er ist jetzt raus! In der Lose! Oh, fuck! Oh mein Gott, das ist die Hunde schade, Mann. Oh mein Gott. Krass gespielt, Junge. Okay Leute, ich würde damit sagen, habt ihr Bock, ohne Scheiße zu fressen? Oh Mann, okay Leute, ich würde sagen, dann sehen wir uns direkt bei der Bestrafung wieder. Okay Leute, wir bereiten jetzt schon mal die Souvenirs für die beiden vor. Oh, das ist ein schönes Stück. Der erste Löffel. Wie der erste Löffel? Ja, jeder kriegt einen Löffel. Er übertreibt direkt. Er nimmt die ganze Ecke. Alles klar. Ja, safe. Egal. Dafür dann aber? 10.000. Alter, wow, 10.000 übertreibt mich, Alter. So Leute, seid ihr bereit? Boah, guckt euch mal. Boah, was hab ich für einen Brocken? Boah, guck mal, guck mal, guck mal. Ey, ihr werdet so safe sterben, ne? Ich will das nicht nochmal. Wir müssen jetzt ungefähr so, das haben wir 15 Sekunden im Mund behalten, ne? Und einmal kauen, einmal kauen. Einmal kauen. Einmal kauen. Einmal kauen. Wie, das schluck dich nicht. Oh, wahr, Alter. Frickst du runter? Wenn du jetzt runterschluckst, Digga. Ich scheiß dir. Nein, das machen wir nicht. Du kannst gleich, Digga. Er will sich tragen, ey. Man sieht's an deinem Face, Alter. Scheiß ich jetzt noch mal nach oben. Safe runtergeschluckt. Mach Mund auf, Digga. Hä? Digga, was? Digga, was? Digga, was? Deswegen hat er sich auch nicht angestrengt, Alter. Safe so. So ein klein Häppchen. Er ist locker zum Mittagessen. Er war immer so zahlt, zahlt. Und Nils, Digga. Ja, Digga. Gönn dir. Mach, Digga. Einfach durchziehen. Wird runterschucken, ne? Über drei. Einmal, einmal kauen, Digga. Oh, Digga. Hör auf. Boah, ich denk aus dem Moor, oder? Ist das echt Quatsch? Hör auf, Mann. Oh mein Gott. Wie du auch aus dich, Digga. Mhm. Du kannst auch spucken, Mann. Boah, Digga. Er ist weg. Oh, no. Hä? Du bist krank, Alter. Ey, was ist mit dem Jungen, Alter? Er dreht so richtig. Oh, guck mal. Guck mal. Oh, Hale. Oh, no. Okay, Leute. Damit würde ich sagen, war es das mit dem Video. Lasst auf jeden Fall dafür einen Daumen nach oben da, Junge. Einer fast gestorben. Einer juckt. Einer juckt. Das einfach gar nicht. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, für diese Aktion 7000x wäre richtig fresh bei euch. Und dann würde ich noch sagen. Schaut auf jeden Fall noch bei Sandro vorbei. Ja, war nice. Ne, wir haben auch noch eine Challenge bei ihm aufgenommen. Da würde ich euch sagen. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Und... Sehen uns, meine Freunde. Alles klar, Digga. Tschöö! FÜTWAU! . . . . .